Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Wer ist denn da? Können Sie mich hören? Mein Name ist mein Name und ich kontaktiere Sie von der Firma Shop Online bezüglich der Frage, dem Namen Marian Hitler für das Produkt Küstonette. Ja? Ja, genau, das bin ich. Danke, dass Sie so schnell anrufen. Also, kein Problem. Also, das Produkt habe ich für Ihnen selbst, ja? Ja. Sehr gut. Und wie alt sind Sie bitte? Ich bin 27. 27. 27, ja? Ja, 27. 72 wäre ein bisschen sehr alt. Ja. Okay. Ja, einen Moment bitte. Ja. Okay. Also, und welche Beschwerden haben Sie, was sind die grundlegenden Symptome? Naja, es ist ja ein Mittel für Blasenentzündung, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Okay, ja. Also, welchen Beschwerden haben Sie, wenn Sie grundlegenden Problemen mit zu haben? Also, ich gehe, ich gehe sehr gerne joggen und die Blasen, die ich dann halt immer kriege von den neuen Sportschuhen, die entzünden sich immer. Dann tut das, wenn ich auf die Toilette gehe, auch immer sehr weh. Und nach den Blasen habe ich auch immer eine Entzündung im Mund. Ich habe ja erst die Hygiene von meinem Partner so in Verdacht gehabt, aber es ist auch bei anderen. Ich habe das ausprobiert. Und deswegen dachte ich, ich muss jetzt unbedingt mal mit einem Fachmann sprechen, was man da machen kann. Okay. Können Sie mir da dann helfen? Ja. Und wie lange besteht dieses Problem? Das kommt immer darauf an. Also, wenn ich, sage ich mal, richtig schön im Wald unterwegs war, dann ist das schon so mal drei, vier Tage, wo das richtig, richtig wehtut. Und nach dem Blasen immer kommt halt darauf an, ob das auf dem Disco-Klo war oder bei einem Festival im Zelt. Das hält immer unterschiedlich lang, ne? Okay. Und seit wann hat dieses Problem angefangen, Ihnen zu wehren? Das ging so nach Corona los. Vielleicht bin ich einfach zu lange mit nichts konfrontiert gewesen. Da gibt es diese Theorie, weil man sich ja immer von allen Menschen ferngehalten hat, dass man jetzt leichter krank wird. Aber, meine Güte, deswegen will ich doch nicht auf Sacki-Sacki-5-Dollar verzichten. Da verdiene ich doch mein Geld mit. Aber es bringt ja nichts, wenn das hinterher immer wehtut. Ja, immer wehtut, ja? Ja, das ist nicht toll. Leider. Leider. Ja, leider. Also. Und du hörst dich ja nett an. Ich würde dir ja auch mal die Dienste anbieten. Aber ich glaube, ich habe jetzt noch ein paar Tage damit zu kämpfen. Ja, ja. Also, ja. Welche Probleme möchten Sie mithilfe von diesen Mitteln lösen? Welche Ergebnisse erwarten Sie? Naja, dass es nicht mehr wehtut. Vorher, hinterher und währenddessen. Okay. Ich möchte gerne wieder schmerzfrei leben und mich entspannt auf den Tag freuen und halt meiner Freizeitbeschäftigung und Arbeit nachgehen können. Weil ich lebe ja eigentlich, eigentlich ist ja mein Lebensmotto Anlauf statt Gleitgel. Aber so funktioniert das halt nicht. Das ist überhaupt nicht denkbar. Ja, es geht nicht mit jedem Problem. Nein, nein, nein. Es geht nicht. Nee, das geht überhaupt nicht. Ja, wir müssen eine Lösung finden und darum, wir sind hier, Ihnen zu helfen. Also, jetzt will ich präsentieren über mehr diese Produkte. Nochmal, was wollen Sie machen? Sie müssen mal bitte ein bisschen langsamer sprechen. Das ist nicht zu verstehen. Okay, such mir bitte. Das ist mein Nachteil, weil ich spreche ein bisschen schnell. Ja, deswegen sage ich ja, ich möchte das ja verstehen können. Ich führe Ihnen, dass ich will meine Beste, mit Ihnen zu sprechen. Wollen wir Ihr bestes Stück geben? Ja. Ja? Also, lieber Frau. Wie lange ist er, wenn er hart ist? Wie bitte? Ich habe gefragt, wie lange ist er, wenn er hart ist? Wie lange ist was? Wie lange dauert es, bis das Medikament wirkt? Ah, okay. Das ist so richtig hart. Okay, ich... Ja, 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 ja. Ich habe verstanden. Also, haben Sie nur etwas Geduld. Ich will Ihnen erklären, alles, was Sie brauchen. Okay? Nur haben etwas Geduld. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay. Ich danke Ihnen. Ja, Sie müssen... Ich meine, eigentlich müsste man Geld dafür kriegen, wenn man sich diesen Kram von mir anhört. Aber, ja, ist halt nun mal nicht so, ne? Der Fuchs rennt anders in den Wald, als man sich das wünscht. Okay. Kann ich das Mittel eigentlich auch bei den Hauskatzen einsetzen? Die scheinen immer starke Schmerzen beim Urinieren zu haben. Okay. Also, ich möchte anmerken, dass der Inhalt der Komplexe nur natürliche Kompetenzen höchste Qualität enthält. Ich habe kein Wort verstanden. Was wollen Sie mir sagen? Ich erkläre die Produkt. Die Produkt? Ja, ich präsentiere die Produkt. Welche sind die Vorteile? Also, was sind denn die Vorteile? Ja, ja, ich will erklären alles. Aber bitte langsam, sonst versteht man das nicht. Okay, okay. Ganz mit der Ruhe. Silenz, Meditation und... Ich möchte anmerken, dass der Inhalt der Komplexe nur natürliche Kompetenzen höchste Qualität enthält. Was die Freiheit von Nebenwirkungen garantiert. Ach so. Die Einzigartigkeit des Präparats besteht darin, dass biogene natürliche Formel von Systonete über eine volle Lustlichkeit verfügt. Eine herzliche Lustigkeit? Eine herzliche Lustigkeit? Eine herzliche Lustigkeit? Die habe ich immer. Was war das für ein Wort? Herzliche Lustigkeit? Ja, hören Sie mich nur am Ende. Dann wird alles verstanden. Bitte. Oh, toll. Bitte. Danke schön. In der Flüssigkeit verfügt, darunter auch im Blut, was zu einer 100% Absorption und aktive Wirkung unmittelbar auf die Ursachen der Erkrankung führt. Haben Sie eine Packung von dem Zeug im Mund, während Sie sprechen? Wie bitte? Ich habe gefragt, ob Sie eine Packung von den Medikamenten im Mund haben, während Sie das vorlesen. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Kann man das irgendwo auch lesen? Ach so, das ist schon das Beste. Das tut mir echt leid. Ja, also hier, ich gebe meine Beste, mit Ihnen zu sprechen und Sie machen es lustig mit mir. Nein, ich mache mich nicht lustig. Ich möchte verstehen, es geht ja um Medikament. Und Sie lesen das so komisch vor, dass ich das gar nicht verstehen kann. Ja, das ist gar nicht komisch. Und Sie haben nur wenig Geduld und bitte, haben etwas Geduld und ich will Ihnen erklären, sofort die Produkte, alles, was Sie brauchen zu wissen. Ja, aber ich habe ja eine Blasenentzündung, das tut halt weh. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich brauche das ja. Ja, es geht nicht so lange, es geht nicht so lange, wenn Sie alles von mir hören und werden Sie alles komplett verstanden, weil Sie haben nur wenig Geduld, mich zu hören. Ja, gut. Und das ist der Grund, warum ich so bitte. Was ist wieder reiner Schuld, sind immer die anderen. Gut, dann pulle ich jetzt in den Mülleimer, während du das erzählst. Ich höre zu. Okay, vielen Dank. Also ich, soll ich von Anfang an erklären oder nein? Ja, bitte, unbedingt. Okay, okay, okay. Ich möchte anmerken, dass der Inhalt des Komplexes nur natürliche Kompetenzen höchster Qualität enthält, was die Freiheit von Nebenwirkungen garantiert. Die Einzigartigkeit des Präparats besteht darin, dass die biogene natürliche Formel von Küsttonete über eine volle Lüssigkeit, eine Zellflüssigkeit verfügt, darunter auch im Blut, was zu einer... Hallo? Bist du noch da? Nee, er ist raus. Aber Ziel geht es auch raus. Ja, richtig. Puh. Da bist du ja wieder. Was machst du denn? Ich wollte eigentlich nur die OBS-Aufnahme beenden, aber irgendwie ist das genauso ein... Anruf, Anruf. Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Tag, wer ist denn da? Servalio ist mein Name und wo sind die Frauen, welche ich habe mit Ihnen früher gesprochen? Bitte, was war die Frage? Sie suchen meine Frau? Ja, welche ich habe mit Ihnen früher gesprochen? Jetzt gerade eben, ja. Über diese Produkte Küsttonete. Ja, gut, dann muss ich gerade mal gucken, wo meine Frau hingelaufen ist. Ich bin ja nicht mehr so schnell zu Fuß, ne? Ich muss gerade mal gucken. Stellen Sie sich mal vor, da hat die heute Morgen zu mir doch tatsächlich pädophil gesagt. Und dann sage ich, das ist ein ganz schön großes Wort für eine Neunjährige. Und dann war sie auch wieder still. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo sie hingelaufen ist. Warten Sie mal. Da ist Schatz, komm mal her, hier. Da ist der Mann von der Apotheke. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Ja, Sie haben einfach aufgelegt. Sind Sie Marianne Hilzler, bitte? Ja, natürlich. Wir haben doch gerade telefoniert. Ja, genau. Und sollen wir anfangen oder nein? Ja, das Gespräch wurde ja unterbrochen, als Sie gerade vorgelesen haben. Kam da denn noch was Wichtiges für mich? Ja, ich weiß jetzt nicht, was hat mir passiert, aber ich will alles erklären von Anfang. Das ist ein Problem für mich. Das war bestimmt ein Fall von Telefon aus der Hand, Falleritis. Da gibt es auch Medikamente gegen. Ja, ich weiß nicht, was hat passiert. Also, soll ich von Anfang erklären, ja? Ja, unbedingt. Das Telefon war ja weg. Okay, ich möchte anmerken, dass der Inhalt des Komplexes nur natürliche kompetente, höchste Qualität enthält, was die Freiheit von Nebenwirkungen garantiert. Und die Einzigartigkeit des Präparates besteht darin, dass die biogene natürliche Formel von Kustonite über eine volle Löslichkeit und Zellflüssigkeit verfügt, darunter auch im Blut, was zu einer 100%-Ansupration und aktiviert Wirkung unmittelbar auf die Ursachen der Erkrankungen führt. Diese Technologie, die auch als gezielte Zuführung von medizinischen Wildstoffen zur Entzündung bekannt ist, ermöglicht es die Zytunete gleich im Frühfrühstück. Verstanden bis jetzt? Ja, ich habe das verstanden. Du erinnerst mich, vielleicht kennt jemand den Film Der Medicus. Das ist im Mittelalter so ein Typ, der fährt mit so einem Wagen durch die Stadt und verkauft den Leuten dann getrocknete Pferdekacke für Goldstücke. So einer bist du auch. Ich freue mich, vielen Dank. Okay, soll ich weitermachen? Ja klar, unbedingt. Ich brauche auch noch Tränen der Jungfrau und Fingernägel vom Ärztem Gabriel. Also befreie ich schnell von, also wie ich habe gesagt, die Zytunete gleich in fünf Richtungen weckt, befreie ich schnell von Entzündungsschmerzen und erschwertem Wasserlassen, effektiv unterdrückt und vernichtet der Krankenhalserreger, stärkt die allgemeine und lokale Immunität, trägt zur Aufrichtung, Haltung einer normalen Funktion der Nieren und der Harnwege bei und reduziert erheblich das Risiko eines Rückfalls. Habe ich Sie gerade richtig verstanden? Das Medikament trägt zur Erhaltung der Harnwege bei. Ja, also das trägt. Ja, das ist ganz wichtig, weil wir haben ja den Hühnerstall hinten im Garten. Da ist es ganz wichtig, dass die Harnwege auch aufrechterhalten werden, sonst kommen die sich ja gegenseitig ins Gehege. Da kommt der Spruch übrigens her, falls sich einer der Zuschauer das fragt. Wie viel kostet das eigentlich? Ja, also wir kommen Schritt bei Schritt an diesen Punkt. Also wir sind im Punkt, zu präsentieren dieses Produkt. Und wir kommen auch bei dem Preis, wie viel kostet es. Bitte nur etwas Geduld haben. Bitte? Okay. Also, ich bin überzeugt. Sie werden diese angenehme, sehr einfache und wirksame Art, eine Blödsinnentzündung loszuwerden, sofort zu schätzen wissen und die Schmerzen und die Beschwerden für immer vergessen. Das hast du sehr schön vorgelesen. Fünf Punkte für Hufflepuff. Wie bitte? Ich habe gesagt, fünf Punkte für Hufflepuff. Fünf Punkte, ich habe gepasst? Nein. Fünf Punkte für Hufflepuff. Okay. Five Bonus Points for Hufflepuff. Okay. Also, ja, ich habe verstanden. Okay. Also, sammeln Sie Ihre Probleme, um dieses Ergebnis für eine lange Zeit beizubehalten und die Spaziererfälle zu bekommen. Bitte? Ich habe gerade mit meinem Mann ist gerade hier. Sprechen Sie ruhig weiter. Okay. In der ersten Phase werden Sie die ersten Resultate schauen, wie Ihr Problem normalisiert wird. Was ist mit dem Panzer? Die erste Phase. Die erste Phase. Also, die erste Phase der Offensive. Aber da wollen Sie dann bestimmt mit meinem Großvater sprechen, oder? Warum? Sie müssen mit Ihrem Großvater sprechen. Wegen der Offensive. Wegen der ersten Phase. Das muss ja alles... Ich bin ja nur... Ich bin ja nur die Eva. Bitte. Ich möchte seriös mit Ihnen zu bleiben. Wenn Sie kein Interesse haben über diese Produkte, wir können also das anmachen, alles. Anmachen? Nee, ich will das ja kaufen bei Ihnen. Okay. Möchten Sie das kaufen oder nein? Ja, natürlich möchte ich das kaufen. Okay. Und ich möchte nur ein bisschen seriös zu bleiben. Bitte. In was möchten Sie bleiben? Warum? Ich habe Ihnen gesagt, die erste Phase, um diese Medikamenten, wie wirkt. Sie sagen mir, ich muss mit meinem Großvater sprechen. Ja. Ist das schlimm? Haben Sie keine Familie, mit der Sie ab und zu mal sprechen? Sie sind im Job wahrscheinlich schwierig. Mal zu. Guck mal. Was heißt hier, guck mal? Ich habe Ihnen gesagt, damit Sie Ihre Probleme und dieses Ergebnis für eine lange Zeit beizubehalten und den Speichereffekt zu bekommen. Den was zu bekommen? Ich kann nicht mehr. Den Spatzeneffekt? Was? So Vogelgesangsperlen da drüben. Paar russisch, so kräft. Bitte? Paar russisch. Was russisch? Du russisch, oder was? Nein, russisch, nein. Warum, warum, warum redest du, warum, warum redest du mit meiner Frau? Wer bist du? Ihre Frau hat bestellt, Ihre Frau hat bestellt ein Produkt. Welches Produkt? Und? Du sonnete, ich habe Ihnen gesagt, hören Sie mich oder nein? Wo kommst du her, Bratan, sag mir. Bist du von Indien? Also. Wie bitte? Bist du von Indien? Neu da? Nein, wir sind, wir sind von Europäischen Union. Das ist kein Land, verdammt. Hören Sie mich noch einmal. Unsere Punkte sind in Deutschland, Schweiz, Österreich und so weiter. Überall eingeschmuggelt, ne? Über die Grenze. Und? Sind Sie interessiert, dieses Produkt zu kaufen oder nein? Natürlich, klar. Fünf Stück, bitte. Okay. Soll ich Sie die Adresse geben? Ich habe... Einen Moment, bitte. Sie haben gar nicht geduld, zu sprechen. Ne, meine Zeit ist wertvoll. Die kostet drei Hühnerpunkte pro Minute. Also, wie ich habe gesagt... Ja, was denn jetzt? Hast du es vergessen, oder was? Okay. Nein, nein, nein. Ich habe nicht vergessen. Gib mir mal deinen Chef, das hat keinen Sinn. Es ist ein bisschen schwer, mit Ihnen zu sprechen. Sie brauchen nicht meinen Chef. Doch, gib mir mal deinen Chef, das bringt nichts. Wie bitte? Sie brauchen meinen Chef? Ja. Also, Sie haben kein zu tun, mit meinem Chef zu sprechen. Na doch, ich möchte bestellen. Okay, wir können machen mit mir. Ich möchte mit seriösen Personen sprechen. Ich bin seriöse Person. und sie sind keine seriöse Person. Alter, du hast meine Frau beleidigt. Nein. Doch. Falsch. Doch, komm her, wir machen Messerkampf im Berliner Stadtbrunnen. Wir ziehen uns beide aus und dann kämpfen wir mit McDonalds-Plastikmesser. Bis einer weint. Also, das heißt, sie sind nicht seriös und ich muss das telefonieren. Ich bin kasachischer Brunnenkämpfer, alter, seriöser wird es heute nicht mehr. Okay, äh, möchten Sie das Produkt zu kaufen oder nein? Ja, klar. Okay. Basieren auf, äh, Ihre Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, das sind 27 Jahre alt, ist es wichtig, dieses Produkt für einen Zeitraum von eineinhalb Monaten bis zu zwei Monaten zu verwenden. Also, ohne die Kurze zu unterbrechen, damit Sie nicht nur die Gewicht und Wirkung 100% sehen können. Was willst du machen? Die Kurtaxe berechnen? Du willst die Kurtaxe berechnen? Wir sind doch hier nicht im Hotel, verdammt. Wie viel kostet das, sagen wir? Ja, also, äh, die Säte, Rubel, Euro, Dollar, äh, Lira, gib mir einen Preis. Ich habe Ihnen gesagt, dass, äh, die Grundkurs, die Intensivkurs, besteht aus Sechs-Packung, Geld, Vier-Packung, Gepätszeilen, zwei kommen kostenlos nur für 196 Euro. Das ist doch geschenkt, Alter, nimm ich. Zweimal, bitte. Daim, ja, two packages from your geilen Medikamente. Pajaluster. Kriegen wir das hin oder nicht? Hallo, Kollege. Hallo? Tut mir leid, mein Mann ist nicht immer der Netteste. Bist du noch da, kleiner Inder? Schwindler-Indler. Ich glaube, er hat aufgelegt. Hallo? Hier ist der Maulwurf am Morgen mit einer Sonderausgabe. No gut, das war's wohl. Herr hat Fickھ Grad. Schwingle-Indler. Denn hier ist die ing. ja, hä two und ha